ich auf YouTube und guck nach einem Scheiß-Hack Alter, du hast mir jetzt schon wieder mein Japan-Koreaner Das bin ich diesmal Japan Ah, du wolltest ihn für mich sicherstellen, oder? Äh... Glaub nicht Ich sehe, was wir tun können Die nächsten Fratze kann ruhig auf Mord kriegen Ach... Bin ich jetzt schon wieder tot? Ach, ich bin schon wieder das allerletzte Ich mag hier kein Rassismus Pfff... Ah, der Erste Alter Dieser Scheiß-Fahrrad hat mich mit der Pan-Boy-Waffe angeschossen, Alter Wenn der es nochmal macht, ich glaube ich Ist eigentlich Hans, äh, rein deutscher Name Oder haben das auch Amis und so weiter? Auch Amis Hans Ja, aber ein Ami mit Hans hat man das nicht mal selten Oder hört man selten Possen, das ist ein Mischmasch Ich wüsste gar nicht, wie die den aussprechen würden Hans Hey Hans Hey Hans Könnt's beherkommen, Hans Ja Dockt hier irgendwo unten, der hat grad gelabert Ja... Der ist über mir In your face, bitch Oh, 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 oh Oh Aber noch Spray Das bringt's Spray nicht Ich steh über dir Triss ich kreise Aua Komm macht euch Teamkills Ich hab nur noch 3 Leben Ja Der ist da oben rumgesprungen Wo ist er, wo ist er? Nein, nein, bitte nicht nicht Meine Ausdauer ist gleich leer Leer Ich hab nur noch 55 Ich hab nur noch 3 Ihr müsst mich beschützen Hilfe Aber ich kann dich verdammt gut sehen Du warst richtig schön Ordentlich verschwommen Das war richtig nice Flo, pein mir Auch da bist du ok Ringet beat Ja, klar Das bin ich allein Das war's mit meinem 55 Leben Nein Scheiss Du bist ja Ich hab nur noch 15 Das müssen wir doch mit 3 Leben auch machen, nee Bist du runtergesprungen, Lego? Ich bin runtergefallen Ja, ich hab nur 15 Ja, ich hab nur 15 Wird nicht mehr schwer werden Nee Flo, du lebst bestimmt noch, gell Ja, klar Ich hab dich hier das erste Leben rein gepfiffert Und nicht nur das zweite Und nicht nur das zweite Und nicht nur das zweite Da kommt noch keiner Oh, da waren Laserpointer Oh, da waren Laserpointer Oh, da waren Laserpointer Das ist mein Laserpointer, mein Junge Okay, anderer Laserpointer Das ist mein Laserpointer, mein Junge Hä? Du warst doch eben noch hier Was ist der da? Das gehört Was? Ich war grad Deswegen Ich chill hier mit meinem Haha, was macht der für ein heartbeat? Oh, das ist ein geiler Fleck Nicht camping Oh, camper, camper Und irgendwie ist mein Bildschirm auch grad sportlich Seen nur Time oben links in der Lecke In der Lecke Und dann links unten hier Location Mehr sehe ich nicht Alles sportlich Wenn mal leben die da hinten noch Oh, der ist tot Oh, der ist tot Die sind alle tot Wie so denn das los? Ey, was, ich hab's doch erwischt Ja, was, mir nur fünf Leben abgezogen Hab dich doch schön anlaufen sehen Oh, ja, ja Oh, da war noch einer Ah, das bin ich, hi Hinter dir, hinter dir Das war der E-Best hoch, die Treppe Treppe hoch links Letzte Jetzt bis jetzt über dir an der Treppe Er ist immer noch hoch Oh, hab ich dir Wege da Okay cool Er ist, er ist links Links, links, links in deinem Auto Hey, hier nichts zu sagen Links, links, links Links 5 in der Lufthansa Reit und kann eigentlich jeden dieser erst links und nahe in den Kamal auch 8 Prozent aber eigentlich jeden Tag die Ehe aus der Strauss Treppe Schöner einmal eigentlich eben wie die Waffen von anderen jetzt ist er wieder rein kommt von hinten aus der Treppe raus der andere Seite rechts rechts von der Treppe ich bin doch rechts ja aber hinter dir kommt aus der Treppe da wurde reinläuft am Anfang ja genau jetzt kommt noch von links beim Auto links Auto Auto hinten dran ja genau er duckt sich ab doch da jetzt ist er beim roten Container wenn du links reinläuft vom Stadtpunkt das läuft da unten rein ne läuft nicht rein er steht da er ist noch dort Marc bei niemandem sag mal was vor ok da bin ich mal da hinten aber vorgesagt mich hat es nicht interessiert was er gesagt hat ich hab jetzt wirklich auch nur noch gecampt und hab gewartet bis du kommst der Bexer den Laser hat er für dich ausgeschalten damit du nicht merkst dass ich in die Richtung ziele oh ich hab's doch gesehen kannst du durch die Sicht sehen Entschuldigung, ich muss das ja ja wie ich auch sagen jetzt kennt mich auch noch der Flo fast rot wie die Liebe rot wie die Liebe was ist denn das für ein Vollhonk gleich mal ne Granade hin Aua der Flo da hab ich nicht hier vor lange gesehen ey das ist nicht blöd ich war doch jetzt unsichtbar oder durch das Gas ah cool das hat schon mal geklappt hey ja ich hab doch gar so wenigstens hab mir nichts gedacht dachte ich hä ich schieße einfach mal oh ja alles klar der Hidi war da ich hänge das oh leu ja aber es ist schön dass es das ist auch wirklich richtig ich glaub lalala 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 wie verdienten die P90 ich jetzt geht es nicht nur noch maus den Kopf ich kenne doch hier nicht das Video von Counter Strike da mit diesem Käfer Oh Shit ich hab nichts gesehen, das war nur versprochen, ich hab einfach geschossen ich will nur mal ein bisschen scheiße machen, weil die Runde eh Kacke angefangen hat oh man, ich spawn ich sag gar nicht sag dir mal, gell du sagst dir nichts mehr da musst du mich als letzter ausschalten hier Schropp, ich will der springt, nämlich hier, ich sag nicht so war das Gas? Nein, das war wirklich! das war Gas war das Gas? das war einfach nur Gas da ich hab dich doch ich wusste doch, dass du da bist du warst trotzdem erwischt hab ich dich nicht, oder? ha 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 ich konnte überhaupt nichts mehr sehen hab ich dich erwischt? ich hab nur 69 ah ok, jeder noch uncool oh ich häng fest ich häng fest ich häng ah fuck you ich bin hoch der Hüfte, verdammte Sch*** ich hab's gesehen, aber wie hoch der gefisst wie hoch der Hüfte ihr weave werll ich schaut ich schieße nah und immer Boah, best grenade ever. Und dann kommt die nächste. Meine Freundin auch. Und die zweite hat gesessen. Ah, cool. Die Freundin steht auf keiner Base, du kannst es hören. Nein, 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 nein. Tut doch gar nicht. Nein, nein, tut er nicht. Die steht auf keiner Base. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nicht mehr. Nein. Den kriegst du nicht. Äh. Aber den. Ja genau, hinten weiter an. Alter, ich höre nur Menschen sterben. Ich auch. Warst du bei mir? Nico, komm zum Spawn. Ich weiß nicht, wo du willst. Nico, warte auf mich. Nico, wir sind jetzt in zwei. Nein. Nein, einer ist noch da. Ja, der kämpft wieder schön in der Ecke, der Bastard, ey. Baller. Der ist umgefallen. Oh Mann. Okay, das ist Gas. Ich weiß jetzt schon, wer stimmt. Nico. Niemand. Der Hansi ist gerade unten, den kannst du nicht umbringen. Marc, ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Come to me, Baby. Komm mal nicht zu mir. Er kommt zu mir, jo. Nein. Hat sich einfach nur einmal rumgetreten, weg war ich. So machst du es auch gerne. Oh, schön viele mitgenommen. Ja. Ich muss leider ein Ding gehen. Jetzt bringt der dich wahrscheinlich um. Ja, der ist auf Karte, Typ. Achso. Den hättest du ihn in Markung bringen lassen können. Nee, der darf auch nicht kriechen. Oh, dankeschön. Danke. Echt. Darf ich auch mal? Guck. Oh, runter. Wow, jetzt. Schon wieder fast drunter krank. Wir sind gerade unter Hans. Okay. Gegen den lag ich ja mal. Jetzt kannst du nicht in der Luft schweben, gell. Ich kann aber was anderes. Ich hab da angegriffen, direkt. Ja, also lass mich. Ach, das ist das Erde. Jetzt hab ich fast drunter gesprungen. Hm. Wir sind. Hatte Hans. Hansi hinter sich, ja. Oh. Buh, 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 buh. Ich muss nach lauteln. Ich nehm auch die Schotty. Das war im Magazin aber weit geflogen. Das ist im Magazin, ey. Fieße Pistole, gell. Ich geh noch mit dem Mark rein. Da war er. Wo war er? Wo ist hier? Oben, unten. Überall. X-Box. Boah. Du, du mit deinen X-Box, ich weiß nie wo die ist. X-Box, X-Box. Wo war er? Wo war er? Wo war er? Wo? 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 Ich hab dich drauf gehalten, Niko. Oh. Du hast mich getroffen, du Wichser. Ja, ich hab auch auf dich drauf gehalten. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Taktisch tu ich dich durch aufm Fein. Wie? Nein, Granate. Wo? Da. Alles raus. Dass jetzt alle deine Granaten verdonnen hat, Niko. Es war nur zwei Stück jetzt, oder? Ne, jetzt auch announcements. Ein bisschen spannend. Düdudu du. Da hab ich mir einen. Irgendwie hast du mich blockieren, kann das sein? die die nur noch nie zu tun gespät du bist in der Nähe gelaufen der Niko rennt oben beim roten Auto rum aber da bin ich auch gerade jetzt kommt er runter hey da bin ich auch gerade ja ist da die Treppe genau hä? ja da genau ja bei mir aber wo bist du? nein ich zieh dich ich hatte noch drei Leben was soll ich machen das waren meine Beute ich hab's schon nicht mal gesehen ich hab nach oben nach gerade ausgeguckt ich stand da hinter mir auf der Treppe das Auto muss wegs springen Alter, am Anfang wenn du einmal springst hast du keine Ausdauermärke okay ich war zurück gerade was denn der Disconnected da einfach gerade was du bist draußen? hehehe oh fuck oh hab noch getroffen gut du kannst dich ein Leben holen ne ich wollte n töten auf einmal disconnected wow wie du hast mich der Kell angeschossen oh du schießt mich auch an hahaha haha